Hallihallo, hier sind wieder Xaver und Hendrik von zischelkröte.de. Es ist der dritte Sonntag im Monat. Das heißt, Zuschauerfragen werden beantwortet. Eine Zuschauerfrage wird beantwortet. Und zwar fragt Christine. Ich möchte eine Männchen-WG. Leider finde ich bei keinem Züchter alle Arten, die ich haben möchte. Kann ich Jungtiere von verschiedenen Züchtern zusammensetzen? Kann man machen. Aber es stirbt vielleicht eine. Das wollen wir nicht. Deswegen machen wir es nicht. Wenn ihr bei verschiedenen Züchtern Schildkröten kauft, dann solltet ihr die zunächst, gerade wenn es Babys sind, solltet ihr die getrennt halten. Und auch die Einrichtungsgegenstände nicht tauschen und so. Weil Schildkröten sind ja immer so ein bisschen, also bakterienfreie Schildkröten gibt es nicht. Die haben immer irgendwelche Bakterien. Und die Babys sind aber natürlich an die Bakterien von ihrem heimischen Züchter angepasst. Und wenn ihr dann Schildkröten von verschiedenen Züchtern zusammenschmeißt, dann werden die Babys mit den Bakterien von einem anderen Züchter konfrontiert. Da sind die aber nicht darauf eingestellt. Und das Immunsystem von Babys, das ist einfach schlechter als von erwachsenen Schildkröten. Das ist ja bei Menschen auch so. Kinder werden ja mehr krank als erwachsen. Wenn man ganz alt ist, dann wird man auch wieder viel krank. Aber eigentlich werden erst mal Kinder mehr krank. Und deswegen solltet ihr, wenn ihr die Schildkröten bei verschiedenen Züchtern kauft, die erst mal mindestens ein Jahr getrennt aufziehen und auch keinen Kontakt untereinander mit Kescher oder sonst irgendwelchen Sachen haben. Und dann, wenn die größer sind und stabil bei euch, dann könnt ihr die zusammensetzen. Aber vorher würde ich es nicht machen. Kurze Frage, klare Antwort. Ich glaube, ihr wisst, was zu tun ist. Weitere Informationen zum Thema Menschen-WG findet ihr jetzt hier verlinkt. Denn dazu gibt es auch ein Video bei YouTube. Und Informationen auf der Homepage gibt es dazu auch. Die verlinken wir euch auch nochmal. Ansonsten sehen wir uns nächsten Monat wieder, wenn die nächste Frage beantwortet wird. Bis dahin, liked gerne das Video, lasst einen Kommentar da, auch mit weiteren Fragen, die wir hier beantworten sollen. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Und bis nächsten Monat. Alles Gute. Auch privat. Tschüss. Tschö.